Sei lieb gegrüßt vom Herzen alle heute Abend. Ich freue mich, wieder mit euch zusammen zu sein, für und mit euch zu singen in diesem Livestream mit Mantras. Ich begrüße euch aus meinem Herz, wo ihr in der Welt seid. Ich liebe es so sehr, mit euch zusammen zu sein und zu singen Mantras und zu singen Songs für euch. Es ist so schön, dass ihr hier seid, dass wir wieder verbunden sind. Es ist so wichtig, diese Zeit mit uns zu verbinden, von hart zu hart. Ja, ich fühle mich so wichtig im Moment, dass wir uns von Herz zu Herz miteinander verbinden. Und wunderbar, dass das auf diese Art und Weise geht. Ja, ich möchte dich einladen, um dich tief mit deinem Seelewesen zu verbinden während des Konzerts und zu bitten um Heilung für dich, immer tiefere Heilung in dir, dass du dich selbst heilen kannst, dass du das erlauben darfst zu geschehen. Ich begrüße alle, dass du dich mit deinem Seelewesen sehr tief in deinem Konzert verbinden kannst, während des Konzerts und in deinem Herz. und vielleicht bitte für dich für ein tiefes Heilen in dir, für deinem Seelen, für immer tiefer und tiefer. Ich fühle, oder sage ich immer, es ist nichts Wichtiges als unsere eigene Heilung, Ganzwerdung, um immer mehr und immer tiefer das anzuschauen, was noch geheilt werden möchte, um immer tiefer in die Selbstliebe in uns anzukommen. Ja, das ist meine Einleitung und Einladung für heute Abend. Der Text für die Mantras und das Programm unten, der Text für die Mantras und das Programm, findet ihr unten in der Beschreibung. Ich beginne mit einer meiner Lieblingssongs, A Light in the Dark. Und wie wahr das ist in dieser Zeit? Ein Licht im Dunkeln. Okay, für euch, mit euch. Ein Licht im Dunkeln. Ein Licht im Dunkeln. Ein Licht im Dunkeln. Musik 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 Untertitelung des ZDF, 2020 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 Polorum Regina 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 Amen. 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 A.K.A.L.A. Kurare apari hayu karyu nil nami akame Kurinde mukande Kurare apari hayu karyu nil nami akame Kurinde mukande Kurare apari hayu karyu nil nami akame Kurinde mukande Kurare apari hayu karyu nil nami akame Nil nami akame Kurinde mukande Kurare apari hayu karyu nil nami akame Kurinde mukande Kurare apari hayu karyu nil 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 ZANG EN MUZIEK 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 Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. And as I listened, your voice seemed so clear, so calmly you were calling your God. Lord, Lord, Lord... Somewhere the sun rose, or dunes in the desert, such was the stillness I never felt before. Was this the question, pulling, pulling, pulling you? In your heart, in your soul, did you find peace there? Lo, 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 lo Untertitelung des ZDF, 2020 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 Amen. 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 Karma y tranquilidad Si para ese beduamo Amén 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 Amen. Amen. Calma e tranquilidade são as ordens do Senhor, calma e tranquilidade para receber o amor. Calma e tranquilidade são as ordens do Senhor, calma e tranquilidade para receber o amor. Calma e tranquilidade são as ordens do Senhor, calma e tranquilidade. Calma e tranquilidade são as ordens do Senhor, calma e tranquilidade são as ordens do Senhor, calma e tranquilidade são as ordens do Senhor. Calma e tranquilidade são as ordens do Senhor, calma e tranquilidade são as ordens do Senhor. Calma e tranquilidade são as ordens do Senhor, calma e tranquilidade são as ordens do Senhor. Untertitelung des ZDF, 2020 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 ZDF, 2020 Untertitelung des 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 ZDF, 2020 Gaiatri 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 ZANG EN MUZIEK Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Amen 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 Amen, Amen, Amen Amen, 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 Amen Amen, 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 Amen Amen, 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 Amen 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 Ich bin Licht Ich bin Liebe Ich bin Wahrheit Ich bin I am Light, I am Love, I am Truth, I am. Ich bin das Licht dieser Welt, ich bin die Liebe dieser Welt. Ich bin Wahrheit, ich bin frei, ich bin. Ich bin die Licht dieser Welt, ich bin die Liebe dieser Welt, ich bin die Wahrheit, ich bin frei, ich bin. Und lass uns in unserer Vorstellung uns alle miteinander verbinden, mit unserem Herzen, unserer Liebe, unserem Licht. Let us connect with each other now as joining hands, imagine that we are joining hands in a big circle of light and love from our hearts, joining together as one human family. In Love, Light, Freedom and Self-Empowerment. In Liebe, Freiheit, Kraft und Selbstbekräftigung, Selbstkraft, Selbstsouveränität. Und in Liebe, Freiheit, Kraft und Selbstbekräftigung, Selbstkraft, Selbstsouveränität. Wir sind freie Seelen, die ein selbstbestimmtes Leben auf Erde leben. We are divine, free souls living a self-empowered life on this planet, on this earth. And we are united together, as one human family. Wir stehen vereint. Wir sind eins, verbunden miteinander in Liebe. Das ist die Kraft dieser neue Welt. That is the power of this new world. Und heute ist astrologisch der Start von das neue Jahr. Today is the start of the astrological new year. And may it be our prayer, that we live in freedom, self-empowerment and self-respect. Lass das unser Gebet sein, dass wir dies ab jetzt in unsere Freiheit, in Selbstliebe und Selbstkraft leben. Souveränität in uns, jetzt. Ja, das ist mein Gebet für uns alle, für diese Welt. That's my prayer for all of us in this world. It was a beautiful evening for me, hopefully for you too, with this great music. I love this music, to sing with you. Es war so ein wundervoller Abend mit euch zusammen, für mich auch mit dieser Musik wieder mit euch zu sein. Vielen Dank und ich freue mich auf Donnerstag, ist der nächste, und dann Sonntag wieder. Sonntag ist der Vollmond nächste Woche. I would enjoy to be with you again next Thursday evening, Thursday, and the next Sunday. Yeah, I love you. Bye-bye. Ich liebe euch. Bye-bye. 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 Vielen Dank.